Schattenbetrieb. Ein weltweit einzigartiger Ersatz-Tower kann am Frankfurter Flughafen bei technischen Störungen oder Notfällen jederzeit einen stabilen Flugbetrieb gewährleisten. Dazu wurde der alte Tower im Süden des Airports komplett renoviert und mit moderner Technik ausgestattet. Schattenbetrieb bedeutet, dass der Tower im Stand-by immer im Hintergrund mitläuft. Das heißt, wenn der Lotse merkt, ich habe einen Notfall, ich muss den Tower Nord, also den neuen Tower, verlassen, dass er innerhalb einer bestimmten vorgegebenen Zeit eben hier den Betrieb aufnehmen kann. Wäre der Tower komplett ausgeschalten, müssten erst alle technischen Systeme hochgefahren werden, es müssten Checks vollzogen werden. All diese Dinge wollte man vermeiden, um eben diese schnelle Reaktionszeit zu erreichen. Der Notfallbetrieb wurde während einer verkehrsarmen Zeit bereits erfolgreich getestet. 元 Jahre Tung anno